Willkommen bei Markels Welt. Der hirnverbrannte Scheiß, den wir hier programmiert haben, wird keine bleibenden Schäden an ihrem Gehirn hinterlassen. Der Wahnsinn wird es nämlich total verschlingen und zu einem braunen Klumpen auswirken. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Heute ist ein besonderer Tag. Markel geht zum ersten Mal alleine zur Schule. Kunstpause. Na kleiner Markel, was hast du denn für Hobbies? Beim Zeitschriftenlesen tue ich unheimlich gern Kacken. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Heute versucht Markel, einen PC anzustellen. Plötzlich bricht ein in Markels PC gefangener Dämon aus. Ja, hallo, erst mal. Nach dieser erlaschenden Begrüßung geht der Dämon direkt zur Verspeisung von Markels Welt über und lacht sich danach einen Keks zum Nachtisch. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt. Markels Welt, Markels Welt, alles ist zu in Markels Welt.